Und da sind wir wieder mit Let's Play Megaman 8 in der Stage von Astruman und werden gleich fast erstmal gestorben. Gut, Concentrations angesagt, weil dieses Level ist nicht einfach. Ist sogar so gar nicht einfach. Weil ihr habt es gerade gesehen, die Plattformen verschwinden je nach Dingensmoden. Und tauchen demnach auch wieder auf, je nach Dingensmond. Deswegen müssen wir hier schnell agieren. Ansonsten passiert genau das. Oh je. Das kann ein schöner Spaß werden mit dem Level. Jetzt wäre ich fast wieder gestorben. Und das ist noch der einfache Teil. Das wird garantiert noch schwerer. Boah, diese Drecksdinger stören mich gewaltig. Genau die Teile nämlich. Oh, wie schnell muss man denn da sein? Boah, nee. Das ist übel, die Stage. Das ist richtig übel. Die Stage ist cool gemacht, keine Frage, aber sie ist übel. Lass mal die ganzen Feinde beseitigen. Ja, wir spawnen sowieso wieder ein Drecksdinger. Drecksdinger. Da einfach mal treffen lassen. Oh, ich glaube wir haben es geschafft. Und da ist die Schraube. Die hole ich mir doch. Schnell hoch. Ich glaube, ja, wir haben es geschafft. Und kommen wir zu einem weiteren Teilslabyrinth. Da oben ist schon mehr eine Schraube. Das ist die Frage, wie kommen wir da hin? Hm, ich würde mich mal hier nach oben schleusen. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich vermute es einfach mal. Wo kommen wir jetzt eigentlich hin? Wenn wir hier lang laufen. Na ja, gut. Probieren geht über studieren. Einfach mal ausprobieren. Oh, das war ganz mies. Das war ganz mies. Das hätte ich nicht machen dürfen. Oh, das ist so blöd. Gut, ich will diese Schraube da oben, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Geschweige denn, ran komme. Und da ist eigentlich ein und das gleiche. Was ist hier eigentlich drin? Wow, nice. Und was auch mal das genau gebracht hat. Setze ich die Schraube vielleicht frei? Das wüsste ich nämlich mal gerne. Wir haben nämlich gerade mal nur drei. Au. Vier. Das ist ja mal richtig sweet. Und den Ausgang. Geil. So, und gleich mal ein Quick-Safe gesetzt. Und reine mit uns. So, Astro-Man. Mal gucken, was du drauf hast. Okay, er schießt mit Kometen. Beziehungsweise mit irgendwelchen komischen Dingern. Und jetzt bin ich drauf. Nee, nicht wirklich. Ach man, Megamen springen und nicht sliden. Er verliert auch nicht wirklich Energie, muss ich sagen. Gut, was macht er jetzt? Oh. Super Rush. Das hat mir gerade gar nicht geholfen. Au, das macht richtig böse Auer. Das macht richtig böse Auer. Ah, was nehmen wir denn? Ich könnte mir nur bloß die Waffe vorstellen, weil er hier in der Luft fliegt. Beziehungsweise in der Luft schwebt. Irgendwie ist das ein komischer Typ, muss ich sagen. Ich glaube, das juckt ihn überhaupt nicht. Nee, das juckt ihn gar nicht. Nee, das juckt ihn überhaupt nicht. Ah, was könnte dann helfen? Die Eiswaffe stimmt nicht. Thunderclaw war ein anderer. Die Megawall. Bleibt bloß noch die Flash Bombs übrig. Das kann es eigentlich auch nicht sein. Oh, doch. Die Flash Bombs machen richtig Schaden. Okay, also die Flash Bombs. Ich muss ihn nur aufgenommen, diesen komischen Bomben treffen. Dann kriege ich ihn. Okay. Sag, das war jetzt Eigenverschuldung. Mist. Aber wir wissen, es sind die Bomben. Es sind definitiv die Bomben. Okay. Flash Bombs. Auf geht's. Boah, hat der Typ komische Sprüche drauf. Ah, die Bomben zieht ihm ganz schön ab, muss ich sagen. Ich habe auch schon eine ganze Menge Energie verloren. Ich kann hoffen, dass mir Rush jetzt hilft. Er hat mir geholfen. Danke, Rush. Nein, jetzt hätte ich schießen können. Verdammt. Nein, wieso slidest du nicht? Nein, wieso slidest du nicht? Das war's. Es ist verdammt. Goodbye, Asterman. Das war's. You beat Astroman, you beat Astracrash Safe So, wie viele Schrauben haben wir jetzt mittlerweile gesammelt? Gucken wir mal Einmal bis zum Riley Shop Äh, Light Shop, Riley Shop sag ich schon Thanks, Ro Das können wir jetzt alles noch nicht leisten Oh, wir haben neue Sachen zum kaufen To save the exact amount of energy required for a special weapon Increase the amount of spare bodies will be filtered automatically when you exit from stage Sliding with speed up, be careful Okay, das ist mit Vorsicht zu genießen Megabust double speed up Okay, das ist nice Okay, das, die beiden Sachen sind auf jeden Fall sehr geil Da passt das wieder und das auf jeden Fall Da bauen wir insgesamt elf Schrauben für Okay, elf Schrauben, merken wir uns also Müssen wir also finden Wo waren jetzt noch welche? Hm Gibt's noch so eine Art von Fireman vielleicht? Vor allem welche Stage Schrauben wir als nächstes Was ist das eigentlich? Achso, das ist die Stage Stimmt Wo wir unseren Freund getroffen haben Im Prinzip der Eingang zur Riley Stage Gut, hier gibt's also nix mehr Wo gehen wir jetzt hin? Ähm Lasst mich überlegen In der Ice Stage gab's auf jeden Fall noch eine Schraube zu holen Die können wir uns noch schnappen Ich würd sagen, wir suchen mal Einfach mal alles in der Ice Stage Gucken wir mal was machen können Ja, das ist jetzt noch eine reine Schraubensuche Weil ich möchte gerne die ganzen Buster Upgrades mir geschaffen Und dafür brauche ich ziemlich viele Schrauben Und das kann nicht schaden, mal zu versuchen einfach mal Oder einfach mal zu versuchen Ob wir sie kriegen können Wenn nicht, dann ist es auch nicht so wild Wie gesagt, elf Stück brauchen wir, sondern eine ganze Menge noch Und die sind ja querbeet verteilt Ich erinnere mich, Moment, dass glaube ich hier irgendwo noch eine war Das werde ich hier mal safen Um mir diese Schraube zu schnappen Ich weiß, dass die unten war War die hier unten, war die schon bei dem nächsten Bereich Fuck Das hat jetzt nicht so gut geklappt Da unten war sie Da war die Schraube Na, nein, nicht sliden Ist ein bisschen blöd, dass man nach unten drücken muss Zum Na, das war jetzt zu früh Zum Sliden Ich merke schon Ich merke schon, wenn ich Okay, ist nicht so wichtig Ich dachte, wenn ich jetzt doppelt nach Rechts drücke, dann macht er diesen komischen Slide oder so Yes, ich habe die Schraube Egal, komm, wir haben die Schraube Das ist gerade das Wichtigste Damit haben wir jetzt fünf Schrauben Dann fehlen also noch sechs Boah, ich will dieses Upgrade haben Für den Buster Auf jeden Fall will ich das haben Wenn wir Glück haben Was ich gerade jetzt bezweifle Erreichen wir noch den Continue Point Nein, ich habe zu früh Ich war zu früh damit Okay, ich würde sagen Wir machen hier im nächsten Part weiter Und suchen weiter nach Schrauben Gut, bis zum nächsten Mal Tschüssi Kowski, Leute Tschüssi Kowski, Leute